So, willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen gegen die Super-Idols. Wir haben jetzt einen ganz guten Start dieser Session. Ich sollte nicht reden, während ich von was anderem abgelenkt bin. Ähm, zwei Siege. Zwei Spiele, zwei Siege. Äh, das hätte schief gehen können. Noch ist der Ball heiß. Ah, leck mich. Oh, oh, oh. Oh, schade. Da war ich zu optimistisch. Oh, oh, oh. Sehr gut. Kacke. Kacke. Irgendwie hatte ich da gerade voll die Orientierung verloren. Ich dachte, wir wären noch viel weiter weg vom Tor. Scheiße, Mann. Ja? 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 Oh, scheiße, man. Oh. Ah, schade. Ja, der kommt gut. Ah, Mist. Schön. Und ich sammle keinen Boost auf. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Schade. Ja. 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 Oh noe. Ja. Die Absprache bei denen ist irgendwie auch ein bisschen Zweifelhaft Nice Oh, shut up Oh Eigentlich stupst Komm, 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 komm Oh, dran, da Oh, nein Unnötig, unnötig Oh, nein Unnötig 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 Na, man, ich treffe ohne Schnellrichtig, ey. Verlängerung. Hui, hui, hui. Ne, ich fand ich ihn. Ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht den Ball mehr so aufs Tor kriege. Na, ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht den Ball mehr so aufs Tor kriege. Oh, scheiße, so eine Bälle. Nein. Schade. Oh, war ich angespannt, Alter, war ich angespannt. Das war gut, das war richtig gut. Gut, dann war's das wieder für diese Folge Spitze. Bedanke mich. Bis denn. Na, na, na. Na, na. 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 Untertitelung des ZDF, 2020